So, hi Leute! Ich wollte euch heute einmal dazu ermutigen, bitte einmal eure Einstellungen umzustellen, wenn ihr es darauf anlegt, dass ich eure Fragen, die ihr in den Kommentaren unter meinem Video stellt, auch beantworte. Denn ich habe immer ganz viele Leute dabei, die eine Frage stellen, aber die es in ihren Einstellungen nicht zulassen, dass andere Leute darunter kommentieren. Also, wundert euch nicht, wenn ihr keine Antwort bekommt, ja? Deswegen, hier ist, wie es geht. Ein bisschen umstellen. Also, ihr geht auf Google+, ja? googleplus.com, dann loggt ihr euch ein. Daran seht ihr, dass ihr eingeloggt seid. Ja, und dann erscheint da oben euer Bildchen, wenn ihr eins hochgeladen habt. Und dann geht ihr auf Übersicht. Dann geht ihr ganz nach unten und da steht dann Einstellungen. Dann geht ihr auf Einstellungen. Und dann steht hier, wer darf meine öffentlichen Beiträge kommentieren. Ja, und das muss auf alle stehen. Nicht auf nur mich, nicht auf meine Kreise, auf alle. Ja. Und dann funktioniert es auch. Und dann geht ihr auf alle. Ja.